Hi Cuties und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich bin Mischa und heute habe ich ein zuckendes Auge. Ich kriege ein Raster, ich sag's euch. Also den ganzen Tag zuckt dieses Auge bei mir. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich habe absolut keine Ahnung. Es passiert immer mal wieder, alle paar Wochen und es nervt. Es nervt tierisch. Aber wir haben uns hier nicht versammelt, über mein komisches zuckendes Auge zu sprechen. Love it! Sondern wir sind da, weil Rihanna, wir kennen alle Rihanna und wir wissen glaube ich auch alle, dass Rihanna Make-up macht mit ihrer Marke Fenty Beauty. Und sie hat noch eine neue Marke getroppt und zwar Fenty Skin. Und ich habe einige Produkte jetzt hier im Set gekauft, um sie mit euch auszutesten. Ich bin ein bisschen gehypt auf die Produkte, muss ich ehrlich sagen. Obwohl die Reviews, die ich mitbekommen habe, ich habe sie jetzt nicht wirklich verfolgt. Ich habe auch eigentlich, Real Talk, auch keine Reviews angeschaut, aber man hat so ein bisschen was mitbekommen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass die Sachen ziemlich krass parfümiert sind. Und das so ein bisschen in Kritik ist, weil Hautpflege sollte jetzt nicht unbedingt parfümiert sein. Aber die ganzen High-End Brands machen das auch. Deswegen, I don't know. Muss jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall wollte ich die Produkte mal austesten. Und dieses Set habe ich so bei Sephora gekauft für 35 Euro, glaube ich. So um den Dreh herum. Und ja, ich bin mega gespannt. Deswegen bin ich ja auch heute noch geschminkt. Denn wir schminken, naja, nicht wir, sondern ich schmink mich ab. Und ihr schaut zu. Und zwar mit den Fenty Skin Produkten. Und genau, das ist so ein kleines, so Skincare Set. Fenty Skin? Skincare? Also ja, mein Kopf heute ist so richtig gut dabei. Um halb elf mit einem komisches Zucken im Auge. Ich glaube, das war nicht mein deutscher Satz. Lassen wir es dabei stehen. Oh, meine Haare kotzen mich an. Junge Vater, Alter. Die sind die ganze Zeit in meinen Wimpern. So. Jetzt können wir euch machen. So, bevor wir die Produkte einmal austesten, nochmal kurz zur Info. Wie gesagt, kostet dieses Set 35 Euro. Das könnt ihr bei Sephora bestellen. Ob es in Store irgendwann erscheint, I don't know. Aber online ist es auf jeden Fall verfügbar. Wir haben drei Produkte drin. Das sind alles eher so kleinere Probiergrößen. Was ziemlich logisch ist. Ich meine, ein Full Size Produkt kostet ca. 25 bis 30 Euro ungefähr. Also das ist nicht gerade so günstig. Also es geht schon Richtung Huda Beauties Marke Wishful. Auf jeden Fall haben wir einen Total Cleanser mit drin. Ein Fat Water, also so ein Toner. Und einmal ein Hydra Vizor. Wieso nennt ihr das so? Ist ein Moisturizer. Und genau. An sich, das Set kostet 35 Euro. Und man denkt sich so, boah, das kommt voll hochwertig an. So die Verpackung. Und dann so Real Talk. So Pappe. Das hier gibt mir kein High End Feeling. Muss ich ehrlich sagen. Also 35 Euro. Hätte man das ein bisschen schöner verpacken können. Ja, ich weiß. Ich bin ein Detailopfer. Lass mich. Wenn ich was Negatives zu sagen habe, dann sage ich es. Packen wir das gute Stück aus. Boah, klappt richtig gut. Achso. Da ist auch so Klebezeug noch dran. Ähm. Genau. Das Set liegt hier schon, glaube ich, seit eineinhalb Wochen bei mir. Und ich habe es nicht benutzt. Nicht oft gemacht. Weil ich auf mich gewartet habe. Bin ich nicht süß? Ich bin auch ein Talent. Ich kriege das ein. Für was? Für was habe ich lange Nägel? Ich kriege nicht mal das hier auf. Das ist schon so eine Hilfe, dass du das aufkriegen kannst. Und ich kriege es nicht mal auf. Ey, da bricht doch eher mein Nagel ab, bevor das Teil aufgeht. So. Halleluja. Amen Maria. Wir haben es geschafft. Es sieht wirklich billig aus. Also die Umverpackung so. Also nicht die Produkte selbst. Guckt mal. Ihr zahlt 35 Euro. Ihr wollt so ein High-End-Erlebnis. So. Wow. Fenty Skin. Und dann öffnet ihr das so. Ja. Sieht nicht gerade super ansprechend aus. Aber okay. Hier haben wir jetzt einmal die Produkte. Und für mich vom Packaging her. Die fühlen sich sehr hochwertig an. Das finde ich schon mal gut. Besser als die Umverpackung. Das ist ja im Endeffekt scheißegal. Aber wisst ihr. Wenn es ankommt. Denkt man sich so. Oh es kommt an. Und dann sieht man es. Denkt man so. Oh Gott. Was ist das? Mein Kumpel Tobi. Der hat sich das gleiche Set bestellt. Am gleichen Tag. Wie ich bei Sofana. Und wir wohnen auch in der Nähe. Und wir haben es auch. Ich glaube. In den gleichen 10 Minuten erhalten. Und der schreibt. Hast du es bekommen? Ich so. Ja. Hast du es bekommen? Er so. Ja. Oh mein Gott. Die Verpackung. Ich so. Oh mein Gott. Sie sieht so schrecklich aus. Wirklich. Also wir haben uns beide erstmal deswegen unterhalten. Das hat wirklich. Das hat dir kein High-End-Feeling gegeben. Fast halt ein bisschen. Aber die Produkte selbst fühlen sich auch ziemlich hochwertig an. Also das ist jetzt alles hier. Plastik. I don't know. Das gibt mir so ein bisschen Vibes von so einem Parfüm. Da ist ja immer ein Parfüm drin. Und so ein Body-Duschgel. So ein bisschen. Solche Vibes kriege ich hier gerade. Aber ich finde die Farbe auch extrem schön. Ich habe auch versucht meinen Hintergrund so anzupassen. Surprise, surprise. Wir starten natürlich mit dem Cleanser. Weil ich bin offensichtlich noch nicht abgeschminkt. Und damit können wir auch mein Make-up entfernen. Also zu den Produkten selbst. Wenn ihr wissen wollt, was die Produkte alles können, sollten tun. You know. Dann steht es aber hier hinten auf der Verpackung auf Englisch drauf. Und bei der Seite von Sephora steht das Ganze auf Deutsch drauf. Wo ich denen mega dankbar bin. Weil mein Englisch... Ja. Sehr schwach. Auf jeden Fall. Der Cleanser soll eben Schmutz entfernen. Make-up entfernen. Und überschüssiges Öl entfernen. Außerdem soll es auch nicht austrocknend sein. Und da drin ist Barbados-Kirsche und Kokosnuss mit drin. Was eben nochmal pflegen und reinigen soll. Und da bin ich echt gespannt, weil ich mag Kokos eigentlich nicht. Also es kommt drauf an. Ich mag künstliche Kokosnuss nicht. Ah ja, lol. Es ist ja cool. Lol. Das habe ich noch nie gesehen. Fast gedacht, ich komme aus dem Dorf ganz weit weg. Und habe noch nie irgendwas von der neuen Welt gesehen. Das ist so ein Sprichwort im Polnisch. Aber ich weiß nicht, ob es im Deutschen so lustig klingt. Wie im Polnisch. Es gibt aber nicht so ein Wort im Deutschen. So. Egal. Auf jeden Fall. Das hier ist die Öffnung schon. Also dieses Loch hier. Ich zeige euch das mal vom Nahen. Also ihr dreht es hier auf. Und dann kommt da das Produkt raus. Finde ich echt mega cool. Also das habe ich so noch nicht gesehen direkt. Das finde ich ziemlich fancy, muss ich sagen. Da sehe ich wieder das High-End-Produkt. Bin jetzt gespannt. Also ich persönlich benutze heute Wattepads. Heißen die so? Ich glaube schon. Auf jeden Fall benutze ich heute Wattepads. Ich persönlich habe keine Abschirmpads. Wobei, ja, ich habe erst jetzt welche bekommen. In meiner Glossy Box. Ich habe schon reingeguckt. Aber ich benutze sie noch nicht. Und mache sie auf. Weil ich ein Unboxing-Video plane. Und dann kann ich ein Unboxing-Video damit machen. Und ja, ich mache einmal... Ne, ich mache jetzt mal meine Lashes ab. Das mache ich. Oh Gott. Real... Oh Gott. Real Talk. Es tut mir jetzt ein bisschen weh, diesen Look abzuschminken. Weil ich den echt schön finde. Ich finde den echt mega geil. Den habe ich mit der Video on the Ground Mitchell Palette einmal geschminkt. So, und dann gebe ich mir das Produkt. Wird das auch auf? Weiß nicht, ob ich und diese Applikate Freunde werden. Das muss ich mir noch überlegen. Muss ich das Wattepad jetzt nass machen? Oh mein Gott, riecht das schön. Das riecht so ein bisschen so blumig und ganz leicht süß. Und auch so, ich würde sagen, ein Hauch von Kokosnuss. Aber ich würde auch behaupten, dass es so wie echter Kokosnussgeruch ist. Und nicht dieser Fake, wo man überall in Bodylotion und so findet. Also wirklich, das erinnert dich so ein bisschen an Pflege und Sommer und Selfcare und so. Oh, richtig schön. Ich glaube, ich hätte das Pet nass machen müssen. Wisst ihr, ich benutze zum Abschminken nur das hier. Und ich muss halt mein Pet nass machen. Ich probiere es jetzt so und wenn es nicht klappt, dann hole ich Wasser. Oh, der schöne Look. So viele Stunden. Tschö, mit Öl. Okay, mein Make-up geht ziemlich gut ab. Aber ich glaube, ich mache es nass. Weil ich glaube, das funktioniert einfach besser. Deswegen mache ich meine Wattepads jetzt erstmal nass. So, Wattepad ist jetzt nass. Und ich nehme jetzt nicht so viel Produkt. Hat es auch ein Ende. Dankeschön. So, küsse ich mir einmal abgeschminkt. Der Cleanser hat seinen Job erfüllt. Ihr könnt sehen, ich bin abgeschminkt. Also, ich habe jetzt nicht mehr oder weniger Wattepads gebracht, wie ich sonst immer brauche. Ich finde, da sitzt nicht irgendwas noch in den Poren oder sonst irgendwas. Das hat mein Make-up ziemlich gut entfernt. Was mir noch persönlich aufgefallen ist, ich habe hier eine offene Stelle. Ja, okay, es ist ein Pickel. Auf jeden Fall habe ich hier eine offene Stelle. Und es brennt ein bisschen. Also, es ist nicht unangenehm, aber es fällt mir schon auf, dass es leicht brennt. Also, das von Garnier, das ich sonst immer benutze, da brennt nie irgendwas. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es parfümiert ist. I don't know. Es könnte natürlich sein. Es ist jetzt nicht schlimm. Aber ich dachte, ich sage es euch auf jeden Fall. Genau, ich habe ein sehr, sehr gepflegtes Gefühl. Es ist so leicht sticky gewesen und jetzt trocknet das alles so ein bisschen so, ja, so matt. So sehr ebenmäßig, so ein bisschen Babyface-mäßig fühlt sich das alles schon so ein bisschen an. Außerdem, was ich noch gar nicht erwähnt habe, wir haben hier 45ml drin. Und dafür, finde ich, ist es eine angenehme Größe zum Austesten von einem Produkt. Und auf jeden Fall nass machen, was man eigentlich immer machen sollte. Nur, ich mache das halt nicht nass. You know, mein Abschminkzeug ist schon zur Hälfte Wasser und zur Hälfte Öl. Deswegen, ja. Und natürlich wissen es die meisten, aber ich sage es nochmal. Hinten steht natürlich drauf, wie ihr das Produkt am besten benutzt. Da steht drauf, dass ihr eure Haut nass machen soll. Und dass ihr das so ein bisschen einmassieren sollt und dann abspülen sollt. Und ich mache das jetzt nicht, weil ich kann nicht in meinem Bart filmen. Mein Bart ist sehr, sehr klein. Ihr würdet nichts sehen. Deswegen mache ich das so ein bisschen anders. Ähnlich. Ihr wisst Bescheid. Machen wir auf jeden Fall weiter mit dem Fat Water. Also mit dem Toner. Ganz genau steht da auf dem Produkt drauf. Pore Refining Toner Serum. Serum? I don't know. Und über das Serum steht, dass es ein vielseitiges Serum Tonicum ist, das Poren strafft. I don't know, ob das Poren strafft. Kann man Poren straffen? Lebe ich so hinter dem Mond? Das reduziert doch eher die Poren, oder? Oder verfeinert die, aber nicht straffen. Oder? Lebe ich hinter dem Mond? Können wir gerne mal den Team in den Kommentaren spielen, ob ich gerade dumm bin und das noch nie gehört habe. Oder, dass man wirklich die Poren strafft. Okay, ich lese mir aber auch nie die hinten Beschreibungen durch. Das mache ich auch nie. Es kann sein, dass es so etwas gibt. Aber ich bin mir dann jetzt nicht so sicher. Girl. Auf jeden Fall steht da noch, dass es braune Flecken reduzieren soll, den Ton anfällt. Also ganz ehrlich, wenn das den Ton anfällt, dann bin ich nach diesem Video ein Geist. Oder nachdem ich das benutzt habe, bin ich ein Geist. Offiziell. Glättet die Haut und bekämpft Glanz. Und außerdem soll es die Epidermis nicht strapazieren. Schauen Sie an Arzt oder Apotheker. Keine Ahnung, was das ist, girl. I don't know. Google mir mal. Okay, jetzt bräuchte ich meine Brille, um so ein bisschen klugscheißerisch zu wirken. Aber die liegt hier nicht. Ich weiß nicht, wo meine Brille ist. Egal, auf jeden Fall. Die Epidermis ist die äußere Zellenschwicht der Haut. Wir brauchen hier keinen Arzt oder Apotheker. Ihr werdet hier sehr gut informiert auf meinem Kanal. Ja. Google euer Freund und Helfer an dieser Stelle. Zur Anwendung von einem Chourner, den könnt ihr tags und nachts benutzen. Und den Toner könnt ihr einfach so auf eure Haut gehen und mit den Fingern das Ganze einarbeiten. Oder ihr könnt auch in dem Fall, wie ich jetzt heute, ein Wattepad benutzen, damit ich nicht ins Bad rennen muss. Aber natürlich ist es irgendwie ein bisschen schöner und produktsparender, wenn ihr das Ganze mit den Fingern dann einarbeitet. Weil ein Wattepad saugt ein bisschen viel Produkt auf. Also ich glaube, der Toner ist nicht parfümiert. Der riecht so leicht ölig. Vielleicht ganz, ganz soft, so blumig. Aber ja, hauptsächlich ölig, würde ich sagen. Ansonsten zum Toner. Kann ich aktuell nicht wirklich was sagen. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Ich fand ihn aber jetzt auch nicht extrem gut, dass mir irgendwas aufgefallen ist, dass der extrem besonders ist. Ich werde es auf jeden Fall noch die nächsten Wochen austesten. Er hat seinen Job erfüllt. Und außerdem haben wir 50ml in dem Toner drin. So, und wir kommen auch schon zum letzten Produkt. Und zwar ist der Hydrovisor Invisible Moisturizer mit einem Lichtschutzfaktor von 30. Da sind einmal 30ml drin. Kämpft gegen Austrocknung, Depigmentierung und braune Flecken. Und kann sehr gut als Make-up-Grundlage dienen. Und soll auch keinen so weißlichen Schleier erzeugen. Was eigentlich ganz cool ist, weil wenn man Sonnencreme so benutzt, hat es ja meistens so einen weißlichen Schleier, was ein bisschen nervig ist. Und das soll es eben nicht haben. Außerdem, was ziemlich cool ist, ist es zum Nachfüllen auch, das Produkt. Also wenn es leer geht, könnt ihr es einfach nachfüllen. Steht jetzt bei den anderen Produkten nicht drauf, dass es geht. Aber bei dem geht es anscheinend. Und ja, das finde ich schon mal sehr, sehr, sehr cool. Ansonsten hinten auf dem Produkt steht jetzt nicht großartig was anderes. Außer, dass es einfach nicht in die Augen kommen soll. Dass man da aufpassen soll und so. Nur so als Info, nett in die Augen, Kinder. So, und das Ganze kommt mit einem Pumpspender an. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Eine Ewigkeit später. Dankeschön. Okay, der riecht auch mega geil. Ich weiß nicht genau, wonach. Also es riecht so ein bisschen wie eine softe Zitrone oder so. Ein saurer Apfel oder so. Aber immer noch so mit einer leicht süßlichen Note, habe ich das Gefühl. Also, oder Menthol? Doch, das riecht wie Menthol-Kaugummis. Aber dieses ganz softe, so wenn man die Packung so öffnet und es riecht, so riecht das. Aber vom Geschmack her ist es ja immer intensiver. Aber so vom Geruch her sind es wirklich wie diese Menthol- oder Minz-Kaugummis. Lol. Aber es hat noch was so ganz mildes noch, so ein bisschen. So was leicht süßliches noch an sich. Keine Ahnung. Echt sehr, sehr spannende Gerüche hier. Wirklich. So, der Hydra-Wizer ist jetzt einmal drauf. Und wirklich die Textur von meiner Haut. Eins zu eins. Eine Mischung aus Moisturizer und Sonnencreme. Finde ich sehr angenehm. Das Gefühl selbst ist schon pflegend. Aber der Geruch geht mir ehrlich gesagt auf den Sack ein bisschen. Also ich finde den Geruch so ein bisschen nervig und leicht penetrant. Also er ist nicht extrem, der Geruch. Aber du hast ihn die ganze Zeit in der Nase. Und ich finde diesen Geruch jetzt nicht so pflegend. Ich muss die ganze Zeit an Kaugummis denken. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich langsam sogar Kopfschmerzen von diesem Geruch bekomme. Finde ich ein bisschen schade. Also das Produkt selbst finde ich jetzt nicht schlecht. Jetzt zum Austesten finde ich es sehr, sehr gut. Da würde ich mir jetzt persönlich keine Originalgröße kaufen, weil der Geruch mich einfach zu sehr stört. Aber ansonsten funktioniert das Produkt sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich kann es jetzt die nächsten paar Wochen austesten. Und euch eine größere, was ist eine größere, eine ausführlichere Meinung drüber geben. Aber ich glaube nicht, dass ich und der Geruch Freunde werden. Ja, ich finde es ein bisschen nervig. Also bei dem Cleanser zum Beispiel, den fand ich viel, viel, viel angenehmer vom Geruch her. Das war wirklich so ein bisschen mehr Pflege. Und dass hier so ein bisschen so süß war. So ein bisschen, ja, Kaugummi. So ein bisschen künstlicher, wenn ihr versteht, was ich meine. Finde ich jetzt nicht so nice in meiner Skincare, um ehrlich zu sein. Also so bei einem Bilou-Doucher kann man es ja mal haben, aber nicht bei so einem High-End oder es soll ein High-End-Produkt sein. Finde ich das ein bisschen schwierig persönlich. Wir haben einmal alle drei Produkte ausgetestet und jetzt First Impression zusammengefasst. Erstens, ich finde die Größe sehr angenehm zum Austesten. Also ich finde es nicht zu klein, ich finde es nicht zu groß, weil zum Beispiel jetzt den Hydra Wiser finde ich jetzt nicht so extrem geil. Hätte ich jetzt irgendwie ein Full-Size-Produkt hier für 25, 30 Euro, würde ich mich vielleicht einen Ticken ärgern. So weiß ich, okay, der Geruch ist für mich persönlich jetzt nicht. Deswegen finde ich das ganz cool. Genau, man testet die Produkte aus und guckt so, ist es mein Ding, ist es nicht so mein Ding. Deswegen die Größe ist super angenehm. Ich habe das Gefühl auf meiner Haut, dass es sehr pflegend ist. Es hat seinen Job erfüllt. Genau, ich muss das Ganze noch ein bisschen austesten. Dann kann ich euch mehr darüber sagen, ob ich das Ganze einbauen werde in meine Hautpflegeroutine. Also ich habe keine richtige Hautpflegeroutine. Also ich greife immer mal wieder zu Produkten. Aber wie gesagt, ich sage euch dann, ob ich dazu ergreife oder nicht. Dazu gebe ich euch gerne noch ein Update. Ihr wisst ja, ich mache jeden Monat meine Jahre, äh, Jahre ist schon, Girl, schon nächstes Jahr ist angefangen. Meine Monatstops und Flops. Und da würde ich das auch einfach mal mit reinmachen. Ich mache nächste Woche, glaube ich, ein Monatstops und Flops. Da tue ich das natürlich noch nicht mit rein, weil eine Woche ist ein bisschen kurz zum Austesten von Pflegeprodukten. Das heißt, ich würde es vermutlich im nächsten Monatstops und Flops mit einbauen. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wie gesagt, ich bin kein Skincare-Profi. Ich spiele da in dieser Liga eigentlich gar nicht mit, um ehrlich zu sein. Also ich mache nicht wirklich was. Ähm, ich kenne mich so ein bisschen aus. Ein bisschen Skincare habe ich auch. Aber zum Beispiel das von Garnier, das benutze ich jetzt zum Abschminken. Und es reicht eigentlich auch. Also meine Haut braucht jetzt nicht super viel Pflege und Aufmerksamkeit von mir. So nach dem Motto, ich muss was tun. Immer mal wieder, ja, benutze ich eine Maske. Ich habe auch eine Favourite-Maske. Die kann ich euch gerne meinen Tops und Flops nächste Woche zeigen. Ähm, weil die benutze ich erst seit einem Monat oder so. Und ich finde die richtig toll. Auf jeden Fall mache ich nicht so viel und habe nicht so viel mit Skincare zu tun. Deswegen, I'm so sorry, Leute, wenn ihr hier die krasseste Review ever erwartet habt. Ich bin eher in Sachen Make-up-Game unterwegs. Falls du noch kein Abonnent bei uns Kanals bist, würde ich mich freuen, wenn du das ändern würdest. Und ansonsten bedanke ich mich, dass du heute mit am Start warst. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Kakao!